Amateurfunk News, April 2023. Heute habe ich wieder einige News für euch. Unter anderem sind dabei natürlich das bevorstehende Ereignis, Funktag in Kassel. Ich hoffe, ich sehe dich da. Dann eine Info für Sehbehinderte. Es geht um die Interessengemeinschaft Sehbehinderter Deutschlands, Sehbehinderter Funkamateure Deutschlands. Dann habe ich was zum Thema Clipperton Island, DX News von Tango X-Ray 5 Sierra. Es gibt ein gutes Video von der St. Brandon D-Expedition. Ich gehe nochmal auf das Thema SDR Connect ein für den SDR Play Receiver. Und es gibt wieder ein Firmware-Update für den IC 9700. Und am Schluss, eine ESA-Sonde sollte auf dem Weg zum Jupiter sein. Ist sie das denn wirklich? Dazu später mehr. Du bist hier auf dem Afo-Channel. Ich bin Michael, DL2YMR. Und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Aber gib mir kurz noch die Möglichkeit, dir den Hinweis zu geben, dass alle Angaben hier in diesem Video natürlich wieder ohne Gewehr sind. So, jetzt aber viel Spaß. Erstes Thema, Funktag in Kassel. Veranstalter ist der DARC e.V. Und das Ganze findet statt in Kassel. Ist also eine Amateurfunkmesse. Und ach komm, wir gucken einfach mal rein, was da so los ist. Also stattfinden tut das am 15. April 2023 von 9 bis 16 Uhr in den Hallen 1 und 2 auf dem Messegelände in Kassel. Den Link kriegst du natürlich wieder hier unter dem Video. Schau da mal runter, brauchst nur draufklicken, hast du die Infos. Ja, und es sind Veranstalter dort und kommerzielle und ein großer Funk-Flohmarkt findet statt. Ich lese die kommerziellen hier jetzt nicht alle vor oder die Vereinigungen, die sich da alle präsentieren. Aber es gibt auch Vorträge und da gibt es ein paar ganz spannende. Und welche ich persönlich ganz spannend finde, die zeige ich dir jetzt hier. Und das kann für dich natürlich persönlich ganz anders sein. Aber was ich favorisiere, das gucken wir jetzt mal. So, wir scrollen hier mal runter. Und da haben wir zum Ersten aktuelles aus dem Bereich Software-Defined Radio. Das finde ich ganz spannend, weil SDR-Themen sind natürlich immer gefragt und sehr modern. Als weiteres finde ich natürlich sehr spannend Antennenmessungen mit dem Nano-VNA. Habe ich ja auch schon ganz viel zugemacht und deshalb super spannendes Thema. Und so ein Nano-VNA, das ist eigentlich ein unentbehrliches Hilfsmittel, ein Taschenmesser für den Funk-Amateur. Und der hilft in so vielen Fällen. Und das Seminar dazu oder den Vortrag dazu bestimmt ganz spannend. Denn das macht wieder der Prof. Dr. Ingenieur Michael Hartje. Delta Kilo 5 Hotel Hotel. Als weiteres finde ich dann endgespeiste Drahtantennen für den Kurzwellenbereich. Finde ich sehr spannend. Martin Steyer, Delta Kilo 7, Sulu Bravo ist natürlich immer ein Besuch wert. Dann haben wir den Vortrag von Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ. Die neue Einsteigerklasse, also alles was relevant ist für die Lizenzklasse N. Gibt es bestimmt auch wieder Neuigkeiten. Funkamateure im ewigen Eis mit QO100 in die Antarktis. Und natürlich Abenteuer Weltraumfunk mit Reinhard Kühn, DK5LA. Ein ganz netter Mensch, den habe ich im letzten Jahr auf der Ham Radio getroffen. Und ich freue mich schon, ihn jetzt auf dem Funktag in Kassel wiederzutreffen. Ja, das waren die Themen vom Funktag. Wie gesagt, am Samstag, den 15.04. von 9 bis 16 Uhr. Ich werde vor Ort sein und ich hoffe, ich treffe euch dort. Und es wird bestimmt sehr, sehr viel Spaß machen. Wenn du stark sehbehindert bist oder gar blind bist und dich aber für den Amateurfunk interessierst, Was machst du dann? Und das ist genau das Thema hier des zweiten Kapitels. Und der Stefan, DK7ST, hat mir eine E-Mail dazu geschrieben. Denn er ist Mitglied im Interessenverband Blinder Funkamateure Deutschland. IBFD, e.V. Und dort haben sich, wie gesagt, schwer sehbehinderte und blinde Menschen zusammengefunden, die dort in Amateurfunk leben. Und es ist natürlich schwierig, wenn du eine starke Sehbehinderung hast und die normalen Medien, normalen Bücher oder Anleitungen im Internet so nicht lesen kannst. Wie kannst du es schaffen, dass du trotzdem eine Amateurfunklizenz machen kannst? Und das ist Thema in diesem Interessenverband Blinder Funkamateure Deutschlands. Und wenn dich das interessiert, wenn du betroffen bist, dann wende dich an den Club, an den Interessenverband. Ich verlinke das natürlich auch hier wieder unter dem Video. Und ich fand, das war eine wichtige Information. Und denn gerade sehbehinderte Menschen, für die ist ja so ein Funkamateur-Hobby eigentlich ein sehr interessantes Hobby, weil das Ganze ja sehr auditiv abläuft. Tango X-Ray 5 Sierra, TX-5S, eine neue De-Expedition zu einer äußerst seltenen Insel. Clipperton Island liegt im Pazifik und ist ein Naturschutzreservat. Da darf man also normalerweise gar nicht hin. Und es bedarf einer langen Vorbereitungszeit, bis man dort überhaupt eine Genehmigung bekommt und diese Insel überhaupt betreten darf. Und De-Expeditionen benötigen sowieso eine lange Vorbereitungszeit. Aber da ist ein Team am Gange. Die sind in der Vorbereitung. DXnews.com berichtet darüber. Könnt ihr euch mal ansehen. Link natürlich wieder hier unter dem Video. Bisschen Gedulden müsst ihr euch noch. Die De-Expedition ist geplant für Januar, Februar 2024. So, und schon geht es weiter, diesmal in den Indischen Ozean, St. Brandon Island, 3 Bravo 7 Mike, 3B7M. Die De-Expedition lief noch bis in den letzten Monat hinein, bis in den März. Ich selber habe sie gearbeitet im 10-Meter-Band in CW. Und ja, was soll ich sagen? Die haben ein Video produziert und haben das auf YouTube gestellt. Und das haben die richtig klasse gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall, das anzusehen. Ihr seht, wie die De-Expedition zustande kommt, beziehungsweise wie die losdüsen und wie die aufbauen und wie die funken. Und dann sind auch noch Antennen umgefallen. Also, ganz tolles Video. Auf jeden Fall angucken. Ich verlinke das natürlich auch unter dem Video und hier auch nochmal oben. Da brauchst du dann auch nur zu klicken. Die meisten kennen von euch ja die kleinen SDR-Empfänger von SDR Play. Und ich benutze die auch schon seit vielen Jahren und angefangen mit dem ersten Gerät von denen. Und jetzt habe ich hier so ein RSP Duo. Habe ich auch schon einige Jahre mit zwei Antenneneingängen oder zwei Empfängern. Deswegen Duo. Und ein tolles Gerät. Und leider ist diese Software, SDR Uno, die ganz hervorragend ist, nur für Windows verfügbar. Und ihr wisst ja, ich bin Mac-User und für den Mac gibt es die Software nicht. Und so hat es mich besonders gefreut, als im letzten Jahr auf der Hamvention in Amerika von SDR Play angekündigt wurde, dass eine Multiplattform-Version kommen soll. Und zwar soll die heißen SDR Connect. Ich habe auch schon darüber berichtet. Ja, die sollte Ende des Jahres kommen. Und leider hat sich das Ganze etwas verzögert. Und auch die ersten Monate dieses neuen Jahres gab es kaum Informationen und es kam einfach nichts. Und irgendwie im März gab es mal eine Info von SDR Play, dass sich das Ganze noch weiter verzögert. Und jetzt gab es im April, Anfang April eine Mitteilung, dass es an genau diesem RSP Duo liegt im Moment, dass sie noch nicht draußen sind mit der Software, weil sie mussten die Schnittstelle zum RSP Duo nochmal neu programmieren. Sie konnten einiges an Software aus SDR Uno übernehmen für die neue Software. Aber eben diesen Part, ja, sie schreiben, sie hatten den auch erst übernommen, aber der war denen dann zu klobig und die haben sich dann entschieden, das Ganze nochmal neu zu entwickeln. Und das wirft sie dann halt nochmal einige Wochen zurück. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Software kommt. Und ich freue mich, wie gesagt, tierisch drauf, dass ich den RSP Duo dann hier auch plain am Mac nutzen kann. Firmware-Update für den ICOM IC9700. Das Ganze war am 22.03. mit der Version 1.40. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ihr könnt euch das hier ansehen, wie das Update durchgeführt wird und was in dem Update geändert wurde oder ergänzt wurde. Und ein paar Tage später, nämlich am 6.04. kam ein neues Update, und zwar das 1.41. Und da gab es ein Riesenproblem. Und zwar, es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein Teil der Sendefrequenzanzeige auf dem Voiceplayer-Bildschirm fehlte, wenn ein aufgezeichnetes QSO-Audio im Satellitenmodus wiedergegeben wurde. Also ein Riesenproblem. Gut, okay, ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, aber ich finde es gut, dass die Bugs erkannt werden und dass die dann auch schnell von ICOM ausgemerzt werden und dass man auch relativ schnell dann mit einem Follow-Up bei dem Update da ist und das Ganze dann auch behebt. Ja, das ist bei den ICOM-Geräten wirklich eine gute Sache. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, die Jupiter-Sonde Juice ist gestartet. Warum heißt sie eigentlich Juice? Juice. Sie heißt Juice, weil das die Abkürzung ist für Jupiter, IC, Moon, Explorer. Also die Sonde soll zum Jupiter fliegen und soll dort den Jupiter erforschen. Und das fand ich so spannend, weil ich ja gerade im letzten Amateurfunk News hier die Jupiter-Monde vorgestellt habe. Sie soll nämlich auch die Jupiter-Monde erforschen, nämlich Callisto, Ganymed, Io und Europa. Ich hoffe, ich kriege sie noch so auf die Reihe. Das sind zumindest die größten. Der Jupiter hat ja, ich glaube, über 30 Monde. Nur allein dieser Planet. Also die Sonde ist gestartet. Es gab erst Verzögerungen. Deswegen wurde der Start einen Tag verschoben aufgrund einer Wetterlage und ist aber heute, heute ist Freitag, der 14. April und ist heute am Freitag, den 14. April um 14.14 Uhr von Französisch Guayana auf einer Ariane 5 Trägerrakete gestartet. Die Sonde benötigt acht Jahre, um von hier zum Jupiter zu kommen. Was mich mal interessieren würde, wie lange dauert es denn, bis eine Funkwelle von hier bis zum Jupiter oder am Jupiter ankommt? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir doch bitte mal unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt drauf. Leider sind wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Du weißt ja alle Informationen zu den einzelnen Themen, wie immer hier unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findest du entsprechende Links. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, findest du auch weitere Informationen dazu. Ja, ich freue mich, dass du wieder bis hierhin durchgehalten hast. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem Afu-Channel wieder etwas Neues gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.